Nur wenige Meter weiter gibt's wieder was von der Kokospalme, diesmal aber ohne Alkohol. Das ist super, das würde ich erfrischen. Die gelben Kokosnüsse sind noch unreif, erfahre ich, aber sie enthalten deshalb besonders viel Fruchtwasser. So, die ist für dich. Das Kokoswasser darin ist wirklich sehr, sehr gut. Ist es gesund? Wow. Wirklich? Köstlich, it's very good. Das ist hier alles handgemacht, nicht aus China, Thailand oder so. Das ist also ein Outdoor-Shop. Du trägst Dreadlocks, wie in Jamaika. Ja, hier auf den Inseln hören wir Reggae. Wir haben dieses Reggae-Feeling in uns. Hier auf den Seychellen? Reggae-Feeling? Reggae-Vibes? Ja. Okay. Ja, sehr. Das kannst du doch sehen. Ja, so siehst du wirklich aus. Ich wusste gar nicht, dass er hier auf den Seychellen so auf Reggae steht. Ja, ich glaube, das ist so weit es hier viele Schwarze gibt. Ja, die haben die Musik im Blut, ich weiß. Eine ganz schöne Kokosnussschale mit den passenden Löffelchen dazu. Wenn das nicht zu den Seychellen passt, dann weiß ich auch nicht. Sie wissen ja, viele Geschenklein kommen da noch rein und sie können den gewinnen. Ein bisschen Glück. Danke. 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 Danke.